Musik Es gibt viele Parks, wo man mit den Kindern spielen kann, so wie hier, mit viel Grün. Und auch außerhalb von Wien kommt man sehr schnell, kann man spazieren gehen, ist man im Wald, ist eigentlich sehr schön. Vor allem man hat auch billiger und etwas teurer Kaffee, sodass man nicht nur jetzt unbedingt viel Geld ausgeben muss. Asi weh, aus dem Wald orientiert ja, wo man kommt wieder reißen dann, wo man das geht, wo man, wo man, wo man. Wasser, wo man, wo man. Vielen Dank.